Wer bist du denn? Ich? Ja. Äh, Mahatma Handi. Äh, ich bin der Friedrich. Friedrich? Genau. Friedrich Schwanz? Nee, Klack. Klack? Klack, oh Gott, ich hab grad Kopfschmerzen hier. Oh, okay. Jo, hier rechts kannst du anhalten. Jo, alles klar. Warte kurz, warte kurz. Warte, äh, kannst du nochmal mit rauskommen kurz? Ja, natürlich. Komm mal mit, ähm, dieser Laden, ne? Ja. Schau mal ganz genau zwischendurch, also durch diese Fenster. Ja. So, setzen Sie bitte Ihre Maskierung ab. Mach ich, ja. Hey, der klaut mein Auto, Hilfe. Hallo. Quack, 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 quack. Darf ich jetzt ein Auto ausparken eigentlich, schnell? Da bin ich nicht mehr verstanden. Ich bin nicht mehr verstanden. Du sollst gehen bleiben. Digga, warum ist die Karre nur lahm? Darf ich jetzt einfach zum Dings? Darf ich jetzt einfach zur Garage und auspacken? Stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben! Digga, er ist der größte Hundeson! Du darfst ja nicht auspacken! Ich hab doch vorher gefragt! Ich hab doch vorher gefragt! Was ist das denn? Du bringst mir jetzt fünf Gänge im Menü! Hast du diese ein, zwei Dings? Jetzt, was ist das? Süßkartoffeln, Chata? Chata auf jeden Fall! Chata ist das, Chata! Was ist das denn? Ich dachte, ich kann so eine Karre auspacken! Tut's mir leid! Ich wusste das nicht! Aber mehr im Chat, Leute, haben halt Ja geschrieben! Dann bin ich hier kurz, was ich nicht fertig rantest bin! Da war ein Knewig. Ich hoffe, ich bin... ...und... 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 Du darfst dein Auto auspacken, man darf Ah Du darfst dein Auto auspacken, man darf nur das andere 15 Minuten lang nicht einpacken Das andere Auto gehörte mir gar nicht, das hab ich ja nicht eingepackt Also war das kein Fehler oder was, Gross? Wenn du DM schreibst, jetzt Doch kein Fail dann Dinger, ey Jungs Ich muss arbeiten irgendwie Ich muss meine eigene Gang gründen Oh mein Gott Oh mein Gott Ist Vargasud vergeben auf Family Life? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Du musst alle weg, alle weg Ja So Digga, wiegen die sind Blitz an, ne? So Ist hier was vergeben? Wir schauen mal nach Chat, ich würde sagen, wir suchen uns ein paar Leute zusammen und bedecken ein bisschen hier diese Vargasud Oder? Ab zum Würfelpark, jalla Das ist Bexigaming arm car Bexigaming ist erlaubt arm car Ich bin noch das Ich gehe mal nach Ich gehe mal nach dass nicht mehr Welcome Ich gehe mal nach Ich gehe dir Digga, 140$ wieder Minus. So, okay, jetzt. Hey, du bist ein BWIO. Jo, fahr mal gescheit, Junge. Was ist los bei dir? Weil du mich was angefahren hast, habe ich beinhardt oder so. Ja, willst du einen Stich oder was? Was willst du denn du mit deiner Karre? Ob du einen Stich willst? Was hast du für eine Karre, Alter? Wenn wir fahren, vom Vorderauto genommen und kann nicht fahren, Alter. Ist das schön, dass wir für den Park eine Savezone? Jo, Wens. Wens, da, fick dich, du Wens. Karim. Du, Wens, du. Wollt's, Greg? Fickt euch, der Wens. Hey, wo ist Greg? Hey, was willst du? Ah, nee. Zieh mir zum Fotze. Was machst du denn hier, du kleiner Wichser? Du kleiner Wichser. Hey, was machst du denn hier? Du mein Eierchen, Mann, und du? Hey, Soße, was machst du denn hier? Du mein Eierchen, währenddessen mir deine Mutter eine kauft. Was brichst mir hinterher, du Wens. Oh, oh, oh. Ist... Ja, ja, komm, wir haben hier. Dreck. Was sagst du jetzt, hä? Ey, steig doch mal. Was sagst du jetzt, hä? Oh. Gegeben, gegeben. Komm, sagst du einschüssen. Wir müssen ein paar Leute finden gehen. Ja, lass mal los, fahrt mal hier aller Scheiße, wo ihr ihn wollt, oder? Boys Greg, was sind denn das für Haare, Alter? So viele Behn, oder Mensch, in ihr, das hat Braum. Sieht aus wie Scheiße. Ja, dann scheiß auf dich, du Biss. Hey, was willst du denn, Big Yadda-Gro, Alter? Ich bin so ein Klatschen, Mann. Nein, Junge, du hast eine Kalatsche für dich zu hoch, ja. Kalatsche, ja, Mann. Ja, jetzt sind solche Gruppen, halt zur Seite. Hey, was soll das? Ja, die kleine Karabik provozieren. Mit einem Loh, Alter. So, ja, warte, steig ein bisschen. Ja, mach auf. Ja, ist auch, Mann. Mal weg, mal weg. Nochmal, nochmal, verpiss dich. Hey, was hast du gemacht, was hast du vor? Was denn, was, was meinst du? Wie, was meine ich? Ja, ich hab nichts, Mann. Du hast nichts zu haben, dann fahr mal zur Polizei. Okay. Hey, Soße. Ja. Wo warst du gestern? Wie, wo war ich gestern? Auf einmal, ihr kamt nicht mehr wieder, ihr seid einfach in Tasty, seine Wohnung schlafen. Äh, ich weiß nicht, wo war noch eins. Du warst du nicht gestern mit uns? Hey, ich hab einen Planen jetzt! Du Wichser! Boah, du Elimliga. Nicht hier, nicht hier, hier ist keiner. Was ist noch nicht hier, Mann? Hier ist gar keiner. Nein, Mann. Ja, hey, da gibt doch einen, Mann. Ja. Da ist Pi, aber da ist keiner. Lass mich kurz ein- und ausparken, ja? Ich hab, ich hab gesehen, äh, Dings. VoiceCraft macht einen Sub-Marathon. Ey, du musst mich hier mal ficken, ne? Kann das sein? Guck mal, ey, wie er parkt. Was sind denn das für Haare, Alter? Wie? Was soll denn das jetzt? Was soll der Disrespect, hä? Was sind das für Haare, Mann? Ja, ja, ja. Besser als deine Zahnbürste auf den Kopf, Mann. Alter. Das sind meine Rastafaris, Mann. Meine Rastafaris sehen aus wie Scheiße, Mann. Hey, Mann. Wenigstens hat's einen Vorteil, Mann. Ich kann darin meinen Grinder verstecken. Warte. Oh, wie du wieder fährst. Hörst du ihn, Mann? Ja, ich hör ihn. Ja, ja, ja. Fahr mal zum Vidi. Was ist das denn für ein Grinder? Das ist einfach aus Glas, der Salemi. Ja, Mann, aus Glas. Hey, ich trink diese Blitzer. Lass nur 100 fahren, Mann, vollidiot. Ja, ach, nee, Mann. Sag doch vorher. Wir müssen ein paar Magazine kaufen. Bei 1000 Subs macht der Facecam. Ach was. Ey, Soze. Ja. Du bist später dabei, oder? Wobei, Jungs? Hey, klärt mich doch einfach mal eben auf hier. Was für eine Besprechung? Oder die wollen was Großes machen. Tasty hat morgen was ganz Großes vor. Ja, ja, stimmt. Hab ich gehört, ja, ja. Ja, genau. Und jetzt? Was ist hier? Weiß ich nicht. Hat Spaß gemacht. Warte, 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 warte. Halt doch an, Mann. Halt mal zurück. Hey. Hey. Mein Name ist Tony Richter. Hey, du, du holst, oder? Was soll denn das? Papa? Mein Name ist Big Sosa. Hey, ich muss Magazine kaufen gehen. Warte mal, wenn er uns hinterherfährt, ich brenne es. Oh mein Gott. Wer wird uns da? Warte, bleib mal stehen. Warte. Was ist denn das Problem, Officer, hä? Das ist Wiesenjus. Was ist das überhaupt, Officer? Nein, das ist die Presse, Bruder. Fahr weg. Erziehe, du Fixer. Scheiß-Presse. Wohin soll ich fahren? Äh, Einkaufsladen. Äh, Ammonation. Oh. Da. Du kleiner Wichser, Mann, ne, riech ich bis hier und der ist so ekelhaft, Mann. Kannst du auch hier. Was hast du gegessen, Mann? Nudelauflauf. Ekelhaft. Ich steck mich verwirrend, der Verkaufs. Ja, was gut? Oh ja, was gut. Hab die Pistole. Du bist bereit, hä? Ich hab ein bisschen Lust zu randalieren, ich weiß nicht. Hast du ne Waffe für mich, oder was? Äh, fahr mal zu nem Bike-Ortobaden. Also zu nem Laden. Da vorne. Äh, äh. Aktiver Rentner. Danke für deine 200 Bits. Grüß, Bruder. Ey, warte, nein, nein, nein. Was? Willst du dem jetzt ne Waffe kaufen? Nein, ich will gucken, ob ich Geld hab. Achso. Ja, da... Guck doch auf dein Handy, Mann. Wir können einfach... Wir können einfach... 5900, chat, ich bin broke. Ey, ich bin ein Jungs, ich bin broke, Mann. 15,45. Wie viel hast du, Bruder? Weißt du, Greg? Minus 1000. 159 weiter? Ich hab 6000 nur noch. Äh, 15,45. Das ist Zeitgeld. Ja, dann kannst du doch locker und flockig mal 2k drücken, oder nicht? Wir sind doch schon lange Homies, oder hab ich das jetzt so? Äh, fahr mal auch irgendwo zu ner Gasse, wo uns keiner sieht. Der hinten soll aussteigen und du kannst mir ein Blub an. Dann kriegst du vielleicht deine 2000. Klingt nach nem Angebot, aber ich lehne dankend ab. Warum? Ich weiß nicht, Mann. Den ich so auf kleine behaarte. Auf kleine behaarte. Also, was hast du... Jetzt lass mal deine Geiselnahme machen. Können wir? Wollst du nicht, können wir? Es gibt sowas wie Geiselnahme. Ey, Homie, steig mal ein. Ja, warte mal. Wer seid ihr denn? Steig einfach ein, Mann. Wir sind gute Homies, vertrau mir. Wisst ihr, ob es irgendwo ein Altersheim gibt? Ja, wenn du mir deine Rente gibst. Ich bekomme leider keine Rente, das ist das Problem. Ja, dann gelitten, mein Liebster. Dann müsst ihr jetzt unsere Geisel. Scheiße, Mann. Aber... Was heißt das? Was wollt ihr denn machen? Wenn du nicht deine Fresse hältst, töten wir dich. Ganz genau. Guck mal nach vorne. In wem redest du denn? Verwegt! Ja, ich rücke doch. Ja, ich kann nicht, der Fährt so schnell. Nie. Borti, danke dir für deinen Zahn. Und mich hältst du dich alten, Mann, ja? So, siehst du das? Das passiert, wenn du dir nicht deine Fresse hältst, ja? Hast du mich verstanden? Hallo. Ja, der ist, glaube ich, sprachlos. Alter Mann, hallo. Der ist sprachlos, er ist alt. Danke dir, Tim. Ja, das macht sein Herz nicht mehr mit, hä? Wohin wollen wir denn? Wo wollen wir die Geiselnahme machen? Ich glaube, wieso, dass die Geiselnahme gibt es hier gar nicht. Hier gibt es nur Schäpperei da mit der Polizei. Ach, Leber. Lassen wir uns in der Gang. Warte mal, sind diese Kakerlaken da? Nein, sind die nicht. Die gibt es gar nicht mehr. Wir können auf Tasty sein Anwesen, solange wir wollen. Lassen wir zu irgendwen hingehen und fragen, ob die einen Auftrag haben. Mein Hügel geht gerade kaputt, aber ich habe euch verstanden. Okay, sehr gut. Was gibt es denn noch für Familien hier, Mann? Blanco, Blanca oder Blancos? Lass mal bei irgendeiner Familie stresschieben. Welche Familie ist das? Keine Ahnung, Mann. Wo sind die Familien denn hier? Wenn ich das so richtig höre? Ja, wie, überall verteilt? Du musst doch in Standbucke, hä? Denkst du, ich weiß, wo die sind? Ich weiß nur, wo die Kakerlaken sind, Mann. Zwischen 23 und 26 ist so ein Ponyhof. Da ist eine Familie. Da ist eine Familie, Mann. Was für eine Familie? Ja, ja, bitteschön. Ich weiß es selber nicht. Ich wollte ja gestern Pony reiten. Wir haben mich weggeschickt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Kulia Kahn. Haben die so bei beige Masken an? Ja, die hatten also dunkelblaue Autos, auf jeden Fall. Da sind wir ja auch so. Hm. Ich schwöre, diese Blitzer, Mann. Die besorgen mir noch einfach Dings. Flugticket nach Hause. Ich sag euch ehrlich. Ja, und wie du Auto fährst, das besorgt dir auch gleich ein Flugticket nach Krankenhaus. Bruder, ich wollte das so tun, Mann. Und die Motorhaube sieht fresh aus. Ach so. Dann sieht man die voll im V8. Ja, jetzt, weißt du. Ach so, ein bisschen Aerodynamik, sagst du? Ja, das auch, Mann. Ach, Aerodynamik. Fickst doch deine Aerodynamik. Komm mal, du hast die Motorhaube einfach gefickt. Nein, Junge, ich hab die abgemacht, Mann. Du hast die einfach hochgemacht. Sehr, sehr, sehr. Ich schwöre, deine Haare gucken, sieht einfach aus dem Dach, Alter. Junge, Junge, Junge. Heute noch. Ja, ja, Mann. Ich muss mir sicher gehen, dass sie keine Blitzer sind, Mann. Pass auf, da vorne ist ein Blitzer. Da auf jeden Fall nicht, Alter. Ich wollte den Blitzer umfahren, Mann. Das war Taktik. Stabile Taktik, du willst. Ey, jetzt kommt noch ein Blitzer. Pass auf, pass auf. Oh, wo denn? Mann. Ich bretter da jetzt komplett rein. Mach los, Mann. Okay, fahr da auf. Dann haben wir deinen Zuckerstangen, Mann. Fahr da auf, fahr da auf. Ja, ja, aber rück dich. Hier ist ja keiner, oder? Da, hier ist ein Witz. Da musst du mal hupen. Ihr Huren-Söhne! Ich glaub, hier ist keiner, Mann. Pass mal rein. Du willst doch jetzt nicht auch das Anwesen von den Stürmen. Doch. Du bist lebensmütig. Du bist lebensmütig. Du bist newer, Mann. Du bist vor dem Altes. protst necessary. Ich schauические Die Euros und bei mir zu den Gern. Du bist aber sicher. Beziehungsstuhl. Du bist lebensmütig. Du bist eine... believe zu machen, Mann. some sind auch sliced, Mann, oder? Es hat geht. Alles klar. Jadi. Was steht da jetzt, hä? Okay, keiner da. Ach, laber. Nein, keiner da. Hey, ich schwör, das hätt ich gar nicht gewusst, Mann. Dank dir. Da war nur so einer, der hat gerade eingeblubbert bekommen von Voice Gang seiner Mutter, aber da wollte ich nicht stören. Da hab ich direkt wieder abgeschlossen. Alles gut, Mann, den hab ich auch letztens gesehen. Also, wo gibt's noch Familien, hä? Wollt ihr ins Ghetto? Ghetto? Ja, Mann. Dann fahr mal in die Southside. Southside, ja? Ja, aber ey, Southside ist noch brutaler als sowas, ne? Einste? Wenn du einmal zu den hohen Söhnen sagst, dann die schießen direkt. Also, ich würd's mir erst gut überlegen, was ihr macht. Wo, wer, wer, wo, was für Southside? Ich hab das mal im Navi markiert, da sind glaub auch immer welche. Wie heißen denn die Wichser, Mann? Hey! Hey, du wirst nur geblitzt. Ja, nochmal, Mann! Voice Gang, du weißt schon, das gibt raus, Reine. Ich weiß! Deswegen fuckt's mich auch so ab, Mann! Ach, mach dir nix draus. Regen ist flüssiger, sonst... Dann, geh arbeiten! Ich bin... ein... ...matterfucker! Es ist egal, geh arbeiten. Digga, warum ist diese Kugel da drin, das ergibt nicht mal Sinn. Das stört doch nur beim Trinken. Ja, wo weg denn mal mit meinen Fäusten, oder was? Nein, mit einer Pistole, du vollen Matrose. Ja, und mit welchem Geld soll ich mir eine kaufen, hä? Mit welchem Pistole? Du sollst die Held ziehen, abziehen, du Idiot! Ja, und wie? Wie, Mann, wie? Du vergrästestes Arschloch! Mit ruhig mit meinen Fäusten, oder was, Mann? Denkst du, der hat Respekt noch vor mir? Du sollst die Pistole abziehen, du Idiot! Ja, und wie? Frage ich dich! Wenn du so weitermachst, ich fick deine Mutter, ehrlich. Woher, Mann? Du fickst keinen, Kollege. Woher, ich weiß überhaupt, wo du hinfährst, du vollidiot? Nein, Mann! Steige aus, ich war! Ja, 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 wenn du meinst, Mann, hier! Komm! Voll Depp! Ja, 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 ja! Was ein Idiot! Ey, Jungs, Mann! Wollt ihr mir jetzt auf die Eier gehen, oder? Wollen wir irgendwelche Leute abpacken? Ersoße, fahr rückwärts! Fahr hier hin, warte, ich mag jede hier. Hier, die wohnen hier. Da, ich weiß nicht. Ja, das sind die Southside Demons. Southside Demons? Ja. Da gibt's noch 66, 99. Der Teufel, die ihre Mütter gefickt hat, oder? Warum Southside Demons? Keine Ahnung. Wenn sie nicht, ne? Wo, wo, wo? Links rein. Ah, warte mal, hier war ich letztens. Ich glaub, hier waren wir sogar noch gestern. Kann das sein. Hallo? Ja, ja. Was los? Nichts, alles gut. Wir fahren hier nur durch. Ja. Ja, Mann, willst du vielleicht den Tempomat draus machen? Warte, Mann, entspann ich. Mit Tempomat 17 kann man Drive-By. Egal, willst du mich verarschen? Ey, Jux, ich bin Fallenfänger. Alles gut. Spannend. Ja, dann aber nicht hier. Geh auf irgendeinen Parkplatz. Ey, du willst auch das, die unsere Mutter ficken, hä? Du bist der Einzige mit Pistole. Nein, ich hab auch noch eine. Warte, meine Rentner ist ja doch hier drin. Was geht eigentlich, hä? Ja, ich mein doch, ich bin der Geiser und soll die Fresser. Verpiss euch jetzt mal, bevor ich mich vergesse, Digga. Ey, Jux, doch alles schon gemacht. Was, Mann? Bevor ich mich vergesse, Digga. Erzähl ich mal, bevor ich dein Afro-Platt drücke. Halt mal die Schnauze, Junge. Halt mal die Schnauze. Digga, willst du mich verarschen? Ja. Verpiss euch jetzt. Mach du doch. Bro, geh mir nicht auf die Nerven, Digga. Was machst du hier? Du gehst mir gerade auf die Nerven an. Was machst du hier? Ich wohne hier. Verpiss dich jetzt. Ja, ich wohne vielleicht auch hier, Mann. Deine Mutter hat mich eingeladen. Oh, bitte. Geh mir nicht auf die Nerven, Digga. Ja, okay, Mann. Tut mir leid. Darf ich vielleicht noch deine Eier lutschen? Ja, kannst ja rauskommen. Und... Du hast dicke Hoffnung, hä? So wie du aussiehst, wirst du ganz schön untervögelt, Mann. Hässlicher Vogel. Digga, verpiss dich jetzt, bevor ich gleich wegschieße hier, Digga. Mach dich jetzt einfach ab. Geh mir nicht auf die Nerven. Bro, viel hast du auch noch, hä? Hast du schon Geld für deine Rente verdient? Was für Rente? Verpisst euch jetzt. Was wollt ihr hier? Wie gesagt, deine Mama hat mich eingeladen. Ich wollte nur kurz einmal treffen und absagen, weißt du? Wir wollten heute Nachmittag mit meinen Jungs verbringen. Nein, 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 nein. Sind die das? Ja, 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 aber... Er holt sein Voltmobil einfach raus. Hm, der ist üblich sein. Warte mal, wie viel fährt die Karriere? Hm, 200 irgendwas, Mann. Na, 300, glaube ich. Ich meine, er fährt 350. Aber er ist nur zweit, oder? Sven? Ja, ja, aber... Was für einen hast du denn, du? Äh, Skyline. Das ist ja Skyline. Oh, du Bonze, hä? Habe ich alles mit dem Geld... Oh, mein... Oh, mein... Hey, du gut weg! Hey, du gut weg! Oh mein Gott! Ja, okay, Mann. Was war denn mit ihm schief? Inschallah, die Blitzer haben gut geschmeckt, hä? Hier gibt's keine Blitzer, die sind... Hey, Blitzer! Hier gibt's auch nur Blitzer. Ich fäng doch mein Leben, Mann! TTA im Auto! Hey, jetzt kommt Blitzer! Jetzt kommt Blitzer! Oh mein Gott! Hol deine Gusenberg raus, Alter! Hey, hier rein spüren sie! Was? Ich will nochmal zur Suppenküche, ich hab Hunger! Dann steig hier aus, du Wichser! Tschau, tschau! Okay, ähm... Ich will dafür, Dings... Bisschen Polizei zu therapieren. Was sagt ihr? Ähm... Ja... Ich glaub, ich bin der Einzige, der die therapiert, Mann! Kann das sein? Komm mal... Ähm... Du machst so, du fixierst ihren Kopf und wir... Erlähden wir was. Ficken deine Mutter dann. Genau. Hey, warum bist'n so witzig, hä? Musst'n mal vor anderen den dicken Macker machen, aber wenn wir alleine sind... Voila, Bela! Du lutscht mein Schwanz! Wo hab' ich deinen Schwanz gelutscht? Warum hab' ich denn da Kiecher draus, hä? Ja, weil ich... Weil ich mir denke, wo ich deinen Schwanz gelutscht hab. Ja, du wirst doch früh genug sehen! Früh genug sehen, äh, das Einzige, was ich sehe, äh, äh, keine Ahnung, ist ne, ähm... Snickersnuss, die du da unten hängen hast, du kleiner Wichser, Mann! Was willst du mir erzählen? Ich steig gleich aus und schieße noch mal ein ganzes Magazin in dein Gesicht! Oha! Beruhig dich doch, Mann! Ich wollt' doch sowas jetzt nicht, hallo! Boah, ich steig mal kurz aus! Boah, ich steig doch nicht aus meiner eigenen Karma! Aussteigen! Okay... Warte, schieß doch! Schieß, wenn du erhörst! Nein, aussteigen! Bist du Mann? Aussteigen, du Mixer! Ob du Mann genug bist, ist die Frage! Okay, hey, hey, okay, warte! Au... Drausen bleiben! Da waren's nur noch zwei! Ja, da haben wir... Oh mein Gott! Du hast ihn gefickt! Ist das Auto? Nein! Alles cool, Mann! Oh Mann! Du hast doch mal Glück gehabt, Mann! Wollte dich gerade anzeigen! Nein, aber was? Hey, du bist doch ein Idiot! Ich sag dir ehrlich! Ey, Soße! Ja? Du bist einfach verfick noch mal lebensmüde! Ich schwör mich! Du lebensmüde! Ihr kennt mich nicht, Jungs, ihr kennt mich nicht! Ich komm immer weg! Matrose, du! Wie ich da fliege mit der ganzen Stadt! Was war aber so, Mann? Ich schwör mich, verpfeif dich wieder wie letztens im Busch, Mann! Ich schwör mich! Ja! Warte mal, warte mal! Da hast du mich... Da hast du mich mal wieder zu etwas gebracht, Alter! Komm mal mit! Komm mal mit, Jungs! Ich hab dich gar nicht gesehen! Baa! 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 Ey, 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 ey! Das war Burger, Mann!! Das war eklig! Baa, Boyz Greg, du ekliga! Nein, ey! Wow, mach doch deine Waffe runter, Mann! Was war das? Baa, Boyz Greg?! Ich hab doch! Ich hab doch meine Hände oben, Mann! Baa, du ekliga! Bitte increíble�sel! Bitte hör auf, Mann! Bitte! Ich wollte das nicht, Mann! Das kam einfach so raus. Wie das kam einfach so raus? Ja das kam einfach so raus, Mann! warum hast du mich verraten an die kopf du kriegst gleich noch einen schuss dreckiger wichser erzähl mir jetzt warum du mich an die kopf verraten hast keine ahnung warum hast du mich verraten kauf hinein luci hinein luci hinein ok ok komm her lass dir einen kauen von ihnen nein das geht nicht du musst du musst du musst er ist ein freund der selbe das geht nicht du musst du ihm das nicht an ok ich steig ein hier wichser alles wieder gut ja dann fliegt dich du wichser was schießt denn auf mich mann hier das verdient ok das war ich das war ich schwöre das war irrenlos bodenlos mann das war sehr inschallah hast du schlechtes gewissen heute abend du kannst dich in ruhe pennen ja aber dann hole ich mir zum entspannen erstmal einen blowjob von deiner schwester weißt du ja ja ich verstehe mann das würde ich auch machen an deiner stelle ey pass auf abo 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 wir haben planten ich glaube nicht nur ein abo ist die die 0 fahren die kanalrafe kanalrafe links links wo ist das hier unten und hinterlich weiter gerade nach hinten nach hinten jetzt Jetzt links. Fahr da rein, wir reparieren. Hast du, hast du, hat der mal Reparatur-Pack? Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schwöre, du bist der beste Autofahrer. Okay, macht, macht, macht. Ich will mal kurz was zu trinken. Was geht, Sina? Prime ist kostenlos. Wichtiger Call. Bin gleich da. Ihr Kind, jetzt steig doch ein. Du ekliges Ding. Ist die Karre auf einmal weiß? Baba. Warum ist die Karre auf einmal weiß? Warum ist die Karre auf einmal weiß? Die ist grau. Nee, die ist grau. Bitte einschneid, nicht vergessen. Gib mal die Karre Tune jetzt. Ey, du hast so eine mächtige Stirn. Wurde dir das schon mal gesagt? Weiß nicht, die Stirn ist ein bisschen platt gedrückt, nachdem sich deine Mutter mit ihr Naasch auf mein Gesicht gesetzt hat. Weißt du? Normal, so viel Video wie die Älte ist, das nicht mehr. Ganz unwahrscheinlich. Hast du gerade deine eigene Mutter gefrontet? Nein, ich hab nur gesagt, dass sie fett ist. Was heißt denn so ein Schmolgesicht, ey? Was siehst denn so traurig aus? Oh, eklafft der Hund. Ich? Nein, der nicht weitergefahren ist. Dieser Skylight verwirkt uns. Halt mal neid an. Hallo? Hallo? Jo! Du dreckiger Dreckst. Jo, jo! Hinterher, Mann, hinterher! Ja, steck ein! Verfolg den Wichser! Ja, börder's! Hallo? 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 Achso, das ist Cousin. Ja, Cousin. Cousin, was geht's? Wie geht's dir? Oh, na gut, das ist hier, Cousin. Und seit wann bist du denn hier? Gerade kriegst du eine Einweisung, Cousin. Ah. Ey, aber hast du die schon getunt? Ja. Ey, die fährt 350, ne? Ja, die ist voll krass. Du musst auf Blitze aufpassen, die sind so teuer. Ich weiß, das kriegt das aber jetzt später erstattet. Boah, der ist so schnell. Was hast du noch? Direkt Wolfskirk verkauft, der ist direkt losgefahren. Ne? Was du noch vier Autos hast, Cousin. Äh, ich hab voll viel. Wo ist jetzt Wolfskirk? Oh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Re-packet? Nein, das war's! Perfekt. No noise. Stop doing this fucking nooball, you fucking shit. Ah, da ist ein Store. Fuck. Döde, hallo. Gute Wunderschön. Flores, danke dir für deine 4. Auszahlen. 200. 100. Man merkt, man muss immer sparsamer mit seinem Geld umgehen, Alter. Mit der Zeit. Okay. Wunderschön. Wunderschön. So, was versucht ihr da? Das ist meine Karre. Deine? Ja. Das ist meine Karre. Deine? Ja. Ja, nehm ich natürlich im Cut 2. Okay, lass so lange ein Video schauen. Ich weiß nicht, was gibt es? Ja. Ja. Pull up with Omar. Gibt es irgendwas auf YouTube? Bis zum nächsten Mal.